Und da sind wir schon wieder. So. Freundlich wie wir sind, lassen wir natürlich hier jeden... Oh. Wo kommt ihr denn alle her? Ey, die Stadt ist doch so groß gar nicht. Komm, fahr rum, fahr rum, fahr rum. Ich muss ausholen hier. Oh. Glaub, glaub ich's. Mann. Ihr seht doch, dass ich mit dem großen Bus um die Ecke komme. Toll, ich hab' ich verfahren. Super. Okay, was macht man in so einem Fall? Man sucht sich eine alternative Strecke und versucht die Zeit wieder rauszuholen. Biegen wir mal kurz auf den Bürgersteig hier. So. Und jetzt gibt's... Das ist das... Oh, das wird eng. Scheiße, der Baum stört da. Ich komm' nicht mehr weiter, scheiße. Er hängt, der Bus hängt, der Bus hängt. Komm, fahr weiter, fahr weiter. Okay. So. Das gibt das Let's Play. Hoch 3 hier. Der Papa hat ein Bus festgefahren. Wo weiß ich... Ach, da an diesem... Okay. Okay. Jetzt ziehen wir das Ding durch hier. Freunde, ich sag's euch, ich zieh das durch. Und wenn ich eine schlechte Bewertung krieg... Jetzt gucken wir mal, was man aus so einer Situation machen kann. Bus festgefahren. Klasse Situation. So, Vorwärtsgang. Halt, Drivegang. Hallo? So. Bup, das war der Busch. Weil so ein Busch ja auch gleich mal so einen ganzen Bus aufhält. Was macht man in so einer Situation? Normalerweise Bus zurücksetzen, Spiel abbrechen. Aber wir sind jetzt ehrgeizig. So. Also hier komm' ich nicht rum. Das war eine selten dämliche Idee. Wir machen das anders. Wir fahren jetzt hier rum. Und versuchen jetzt hier wieder rauszukommen. Und ein bisschen auf den Verkehr achten. Du hältst jetzt mal an, Freund. Ein bisschen haben wir noch Platz da vorne. So. Rückwärtsgang rein. Hört sich total aus. Upsala. So. Den haben wir jetzt schon mal touchiert. Der steht jetzt mal da 30 Sekunden. Das ist mir aber scheißegal. Ich bin frei. So. Halt. Vorwärtsgang. Also Drivegang wieder. Und los geht's. So. Die zwei Minuten holen wir jetzt raus. Die Testfahrt ist natürlich damit völlig über den Haufen geflogen. Aber die zwei Minuten hole ich jetzt raus. Ich mach jetzt erstmal einen Schnitt. Und dann könnt ihr mir zugucken, wie ich die zwei Minuten wieder rauskomme.